Musik Präsentiert von der MECO IT AG in Weingärte Hallo und herzlich willkommen zum Nachschuss, dem Rückschau-Magazin der Ravensburg Tower Stars in der DEL 2. Wir hoffen, Sie hatten ein paar schöne und geruhsame Weihnachtsfeiertage und gleichzeitig danken wir Ihnen, dass Sie auch uns ein paar Tage Pause gegönnt haben. Ein anstrengendes Programm mit trotz Feiertagen Spielen im 2-3-Tagesrhythmus. Jetzt haben wir den Höhepunkt bereits überschritten und bevor wir uns dem letzten Spiel des Jahres gegen Rosenheim widmen und auch die Tower Stars Kapitän Rade Krestner bei uns im Studio haben werden, wollen wir einmal auf interessante Details und statistische Fakten der letzten Spiele zurückblicken. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Bilanz der Tower Stars, was Auswärts- und Heimsiege anbetrifft. Insgesamt haben die Oberschwaben 21 Siege eingefahren, sind Tabellenvierter. Die Verteilung ganz interessant anzuschauen. Die Tower Stars haben nämlich 11 Mal auswärts gewonnen, zu Hause nur 10 Mal. Und dagegen stehen insgesamt 11 Niederlagen, 5 auswärts und 6 in eigener Halle. Wir wechseln zu den teaminternen Statistiken, die Topscorer. Brian Roloff mit 43 Punkten, gefolgt von Mathieu Toussignor 40 Punkten und Brandon McLean mit 39 Punkten. Brian Roloff übrigens in der Liga-Statistik inzwischen Dritter. Kommen wir zu den reinen Torjägern und Torschützen. Brandon McLean mit 19 Toren führt diese Tabelle an, gefolgt von Mathieu Toussignor mit 18 Treffern und Austin Smith mit 15 Toren. Beachtlich übrigens bei Austin Smith. Beachtlich natürlich bei Austin Smith. Er hat 12 Spiele weniger gemacht als seine Kollegen aufgrund seiner langen Verletzungspause. Und zum Abschluss noch ein Blick auf die Zuschauerresonanz in der Ravensburger Eissporthalle. 16 Spiele haben die Tower Stars in dieser Hauptrunde bislang ausgetragen. Und 42.444 Zuschauer wollten diese Spiele sehen. Da haben die Oberschwaben natürlich ordentlich aufgeholt. Dieses Phänomen gab es ja in den letzten Jahren schon vielfach, dass die Halle erst richtig voll wird, wenn die Temperaturen kälter und die Tage kürzer werden. Das ergibt dann auch einen Zuschauerschnitt von inzwischen 2.653 Fans pro Spiel. Ja, damit kommen wir zum Rückblick auf das letzte Spiel des Jahres am Mittwochabend. Genauer gesagt gegen die Star Bulls Rosenheim. 3.417 Zuschauer in der Ravensburger Eissporthalle. Damit klebt ihr das Schild ausverkauft an den Eingangstüren. Die Tower Stars wollten vor dieser Kulisse natürlich an die Erfolge ansetzen. Man gewann in Krimmetschau, man gewann in Dresden und man gewann zu Hause gegen Halbbronn. Also eine prima Gelegenheit, das ablaufende Jahr mit einem Sieg zu beenden. Aber Rosenheim sollte sich als schwerer Gegner herausstellen. Da war man schon vorher gewarnt. Die Star Bulls hatten zwei Tage zuvor ja in Weißwasser gewonnen. Und damit die Erfolgsserie von drei Sieg in Folge der Lose zur Füchse unterbunden. Im Vergleich zum Spiel in Krimmetschau gab es eine einzige Änderung. Nämlich ein Comeback von Radek Restan. Doch überraschend für alle Beteiligten. Er kam mit grünes Licht aus der erstlichen Abteilung. Wir werden im weiteren Verlauf unserer Sendung nochmal darauf zurückkommen. Zwischen den Pfosten wie schon in den Spielen zuvor erneut Matthias Nemec. Die Tau-Stars starteten zunächst sehr druckvoll. Hier eine erste gute Möglichkeit von Austin Smith. Danach ließen es beide Mannschaften ein bisschen gemächlicher angehen. Checkten da zunächst einmal das Fortchecking des Gegners ab. Da passierte nicht allzu viel in den ersten Minuten. Aufregung gab es dann aber in dieser Szene. Knapp fünf Minuten gespielt. Und man zeigt es hier an. Der Puck hatte nämlich die obere Glaskande noch berührt. Aber Hauptschiedsrichter Robert Paule winkte ab. Er wertete diese Aktion als Spielverzögerung. Eigentlich gehört dieser Bereich zur Spielerbank. Und er ist von dieser Regelung ausgenommen. Ein Problem ist sicherlich auch, dass es so gut wie in jedem Stadion verschiedene Gegebenheiten bei den Spielerbanken gibt. Die Proteste waren letztlich zwecklos. Es gab zwei Strafminuten. Aber die überstanden die Ravensburger Cracks schadlos. Dennoch ging aber Rosenheim in Führung. Konkret in der 8. Spielminute. Stefan Läubel nutzt da den Platz und setzt zu einem Schlenzer an. Den bekam da Matthias Nemetz. Ja, so auf halber Höhe ins Kürzeeck. Hier nochmal die Verlangsamung. Ja, da versucht Kilian Keller den Schuss noch zu blocken. Aber der Puck findet den Weg ins Ravensburger Tor. Hier nochmal die Zeitluppe. Rosenheim führt mit 1 zu 0. Die Tauerstars wurden da verunsichert. Das machte sich dann auch in dieser Szene bemerkbar. Stellungsfehler. Und Alexander Dück konnte diesen dann letztlich nur noch durch ein Foul wieder gerade bügeln. Aber der Hauptschiedsrichter zeigt es an. Penalty. Es läuft an. McLeod. Und der scheitert am rechten Oberschenkel von Matthias Nemetz. Es bleibt beim 1 zu 0 für die Gäste. Tauerstars kam dann in der Schlussphase des ersten Abschnitts deutlich besser ins Spiel. Hier liefen die Kombinationen doch recht flüssig. Und diese schnelle Passstafetten zeichnen diese erste Sturmreihe der Tauerstars aus. 1 zu 1. Austin Smith, der Torschütze. Hier nochmal die Hintertorkamera. Da hat Austin Smith natürlich keine Mühe. Da lässt Timo Harden im Rosenheimer Tor die Schäden nach vorne abprallen. Ja, Damsburg jetzt definitiv im Spiel. Und das 2 zu 1. Wieder ist es Austin Smith. Der hier aus kurzer Distanz den Puck da schön vor dem Kollege Konstantin Schmidt aufgelegt bekommt. Ja, nur 2,5 Minuten lagen zwischen diesen beiden Treffern. Dann auch eine numerische Überzahl für die Tauerstars. Wir sind im 2. Abschnitt. Ja, das Powerplay lief an diesem Abend nicht gut. Hier dieser Schuss, mit dem der Rosenheimer Torhüter natürlich keine Mühe hat. So, und jetzt eine Szene, die das Spiel sicherlich beeinflusste. Achten Sie jetzt hinter dem Tor. Da gab es diese Szene. Eine Strafe angezeigt. Spiel läuft aber weiter. Konstantin Schmidt ärgert sich da noch einige Sekunden. Fährt dann erstmal zum Wechseln. Ja, da wird den Tauerstars auch gar nicht richtig bewusst, dass da eine Überzahlsituation entstanden ist. Der Spieler, der für den Torhüter kam, hat auch den kurzen Weg. Ja, und dann ist es auch passiert. 2 zu 2 der Ausgleich. Und Peter Lindbauer war der Torschütze in der 28. Minute. Aber die Antwort der Tauerstars folgte auf dem Fuß. 30. Minute. Andreas Farni. Ein schöner Treffer. Den wir uns nochmal aus der Hintertor Perspektive anschauen. Hier dieser Pass auf den rechten Pfosten. Und Andreas Farni zieht die Scheibe kurz zur Seite und schiebt dann zum 3 zu 2 ein. Tauerstars dann auch mit guten Möglichkeiten diesen Vorsprung auszubauen. Aber da war denn Tauerstars auch das Glück in dieser Situation nicht holt. Ja, und wie schon in manch anderen Spielen zuvor, rechte sich das auf der Gegenseite. Ja, dieser Schuss noch leicht abgefälscht. Sicht verdeckt für Matthias Nemetz. Und dann gleich Rosenheim auch schon wieder aus. Max Renner, diesmal der Torschütze, noch 4 Minuten waren zu spielen im zweiten Abschnitt. Auch hier die Hintertor Perspektive. Da verdeckt Philipp Depali die Sicht für den Torhüter. Und danach wirkten die Oberschwaben noch nervöser. Und letztlich dann sogar die 3 zu 4 Führung im Nachstochern. Ist es Simon Fischhaber, der 49 Sekunden vor der zweiten Pause die Gäste aus Oberbayern mit 3 zu 4 in Führung bringt. Diesen nach vorne abgeprallten Puck von Matthias Nemetz konnten die Ravensburger Verteidiger nicht wegräumen. Und Rosenheim lässt sich diese Chance nicht entgehen. Der Schlussabschnitt. Die Towerstars hier gleich zweimal in 5 gegen 3 Überzahl. Die gute Gelegenheit, also wieder den Spielstand auszugleichen. Aber das war alles zu durchsichtig und nicht zwingend genug. Die Chancen wurden nicht genutzt. Dann die Schlussphase. Torhüter vom Eis. Knapp 2 Minuten noch zu spielen. Die Towerstars mit der Brechstange. Ja, im Vergleich zum Spiel in Dresden, wo man ja bei MTN zwei Tore erzielte. Noch auf 4 zu 4 Ausgleich. War das Ganze hier viel zu verkrampft. Und letztlich gingen da die Rosenhammer dazwischen. Und die Entscheidung, David Valorani war der Torschütze zum 3 zu 5. Wie schon gegen Bremerhaven, also vor ausverkauften Rängen eine Niederlage. Natürlich ein bitterer Abend für die Towerstars zum Jahresausklang. Inzwischen haben wir auch unseren angekündigten Gast bei uns im Studio. Towerstars-Kapitän Radek Restan. Radek, schön, dass du dir auch an Silvester für uns Zeit genommen hast. Es war natürlich schon gestern ein bisschen enttäuschend, dieses Spiel zu verlieren gegen Rosenheim. Aber noch überraschend, dass du wieder zum Einsatz gekommen bist nach dieser langen Pause. Erzähl mal, wie waren so die letzten Stunden, wo dann das Okay kam. Ja, du darfst spielen. Ja, natürlich. Ich habe schwierige Zeit hinter mir. Zweieinhalb Monate nicht gespielt. Und zwei OPs gehabt. Und die letzte OPs war drei Wochen her. Und seit dieser letzten OPs habe ich hart gearbeitet, damit ich so schnell wie möglich zurückkomme. Und ich freue mich riesig, dass es sich noch vor Jahresende gelungen hat. Dann kommen wir konkret zum Spiel. Wir haben uns da auch ein paar Szenen rausgesucht, die wir ein bisschen zusammen analysieren wollen. Da werfen wir zunächst mal einen Blick auf die 16. Spielminute. Und da schauen wir uns jetzt mal an. Da ist auch auffallen diese Rotation da, die er da bringt. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz analysieren. Ja, ich habe da mit Roli und Konsti gecycelt. Und da haben wir auch Tormöglichkeiten gehabt. Roli hat das super abgefälscht, aber das Torhüter ist gefangen. Jetzt sieht man das nochmal besser. Ich komme mit Schwung von der Ecke raus. Konsti offene sich für den Schuss. Ich habe die Möglichkeit, jetzt in diesem Moment kann ich die Scheibe nochmal zum Slava einfach passen oder liegen lassen. Der geht runter, macht Platz für mich oben. Und in diesem Moment sehe ich halt, dass Roli von hinter das Tor kommt. Und ich versuche einfach, seine Kerle zu finden, damit er das abfälschen kann oder irgendwie ins Netz zu bringen. Aber es war eine gute Tormöglichkeit, aber es hat zum Tor leider nicht gereicht. Dann kommen wir zur nächsten Szene in der Penalty. Hat auf den Rängen auch mit den Zuschauern da für Diskussion gesorgt. Du hast dich auch beim Schiedsrichter beschwert. Schauen wir uns mal das Ganze in die Szene mal an. Also hier kommt es doch nicht zum Kontakt, kommt zu Fall, dann gibt es Penalty. Du hast dich beim Schiedsrichter beschwert. Was hast du ihm gesagt? Ja, natürlich wollte ich ihn immer so ein bisschen beeinflussen, weil Kili will einfach an den Schläger von den gegnerischen Spielern. Ja, der macht das gut, der bringt seinen Körper dazwischen. Und ja, wenn ich das jetzt hier sehe, kann man Penalty geben. Gut, war ja dann trotzdem letztlich egal, weil der Marce Nemec den Penalty dann gehalten hat. Dann kommen wir jetzt zu einer Szene, die für mich so ein bisschen auch, ja, vielleicht sogar das Spiel geprägt hat, vielleicht sogar entschieden hat. Da haben wir 2-1 geführt und dann gab es diese angezeigte Strafzeit. Und dann geht so ziemlich alles schief. Vielleicht kannst du da mal kurz drüber kommentieren. Ja, es hat angefangen in offensiver Zone natürlich. Und mit der Strafe dann, da haben wir auch gewechselt. Und die Zuordnung hat nicht gestimmt dann hinten. Und ja, die haben das eiskalt ausgenutzt, diese Konter. Und die haben das super gemacht. Also jetzt ist am Ende 3 gegen 2 Situation, 2 gegen 1. Super Pass, leeres Tor. Also das war, ja, gut rausgespielt von Rosenheim, aber da hat nicht zu Ordnung gestimmt. Wir haben ja danach noch trotzdem mal 3-2 geführt. Da hat es wieder ganz gut ausgesehen. Wir hatten auch gute Chancen gehabt im Powerplay. Da schauen wir uns da jetzt mal eine 5 gegen 3 Situation an. Auch hier zeigt sich, dass die Rosenheimer da wirklich sehr gut gestanden sind. Wie siehst du jetzt, was war so das Problem? Es gab ja viele Schüsse, also Distanz. Vielleicht kannst du da mal analysieren. Ja, es ist natürlich hier alles schön, das nochmal zu sehen, was man besser machen kann. Aber erstmal war es sehr gut, dass die Schüsse da waren. Es waren, glaube ich, drei Schüsse von unserem Verteidiger. Jetzt kommt Simon mit super Schuss, also super geschossen, aber der Töchter hat das gefangen. Und dann, ja, dann natürlich das immer leichter erklären, was man machen soll, wenn man kein Tor schießt. Aber wir haben drei Schüsse gemacht. Rikki hat zwei gemacht, er hat die letzten Spiele zwei Schlagschüsse-Tore geschossen. Deswegen ist es erstmal gut, dass man viele Schüsse bringt. Aber, wie gesagt, das ist halt spielentscheidend. Wenn man das Überzahl 5 gegen 3 nicht nutzt, dann sagt man, dass man nicht gewinnen kann. Damit wären wir auch schon am Ende unserer letzten Sendung des Jahres. Wir bedanken uns natürlich fürs Zusehen und auch danke dir, Radek, dass du dir an Silvester Zeit genommen hast. Und herzlichen Dank auch Ihnen ausdrücklich auch für das viele Lob, das wir in den letzten Wochen für dieses Format erhalten haben. Das spornt uns natürlich auch für das kommende Jahr an. Und wenn wir hier beim Jahreswechsel sind und wir haben den Kapitän hier, Radek, dann hast du das letzte Wort. Einen Gruß an die Fans. Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams und der Organisation ganz herzlich bedanken bei allen Sponsoren, Zuschauern und Fans. Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr. Schließe ich mich an. Herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Schließe ich mich an.